Betrügen Betrügen bedeutet bewusst die Unwahrheit sagen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Betrügen kann heißen, etwas vorzutäuschen, was nicht stimmt, um selbst etwas davon zu haben. Im engeren Sinne bedeutet Betrügen gegenüber seinem Ehepartner oder seinem Lebenspartner, Lebenspartnerin, sexuell untreu zu sein. Im Yoga ist Astea und Satya wichtig als Prinzip. Astea heißt nicht stehlen, Satya heißt Wahrhaftigkeit. Wenn du wahrhaft glücklich sein willst, wenn du höhere Ebenen des Bewusstseins erreichen willst, dann gilt es, wahrhaftig zu sein. Dort gilt es, nicht zu stehlen. Und in jedem Fall solltest du nicht betrügen.